Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Dieses Mal spiele ich Vladimir auf der 3 gegen 3 Map, auf der neuen. So, jetzt erstmal fragen, was kauft man denn hier so? Man hat ja mehr Gold am Anfang, was wir auch schon in letzter Folge festgestellt haben. Na gut, da kann ich mir noch einen Heitrank kaufen. Und da ist so langsam, dann rennt die andere schon wieder vor. Wie manche von euch vielleicht sehen, ist das hier der Legendary Vladimir Skin. Mit neuen Partikeln, neuer Stimme. Und ja. So, es hat sich mittlerweile etabliert, dass wir normalerweise immer in dem Busch hier stehen. Und warten, bis die Gegner reintritt, wenn sie den Altar einnehmen wollen. Oh, jetzt sind die Teammates gerade, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Was ich hier so für rumpinge. Eingenommen werden. Naja. Wen lehre ich als nächstes? Ich gehe mal runter zum Punkt, weil die Minions kommen gleich. Und habe schnell geguckt, ob die Aufnahme noch läuft. Weil ich sehe schon wieder keine roten Zahlen. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir Befehle. Gniet nieder vor Blas. So. Die steht ein bisschen zu früh da. Glaubt. Denn eben erst bei Minute 2 Wären die Altare freigeschalten Das heißt, er würde jetzt hier ein bisschen Farm verpassen Und ich darf nicht so offensiv gegen 2 spielen Okay Und jetzt ist er da weggerannt Dort steht natürlich nicht drauf Das ist gut Verdammt Schon wieder kein Last-Hit bekommen Ich stell mich da gerade irgendwie in letzter Zeit ein bisschen schwer an Keine Ahnung Oh, das ist natürlich auch nicht gerade Gut Oh, was war das jetzt für ein Mega-Flash Wollt ihr mir Angst machen? Ach So Farmen, farmen, farmen Irgendwann kommen die Teamfights Oh man Die haben ein bisschen zu viel AOE-Damage Also ich meine halt richtig gut Und wegen Fiddlestick und Zyra Mit der Ultimate Jetzt sind beide Mist Und dann sollten die Ups Was mache ich denn da Oh, das fängt wirklich gut an Ah, ah Ah, verdammt Ich muss sagen, ich sag heute Ziemlich oft verdammt Verdammt Ach komm schon Die haben den Scheiß-Tower verstärkt So, dass er jetzt nur noch zwei Hits braucht, um die Mindest zu töten So, der hat er drei gebraucht Naja Riven mit 2-0 ist Oh, okay 2-1 Ist Ein bisschen zu stark Dies ist mein Reich Ein bisschen viel zu stark In uns allen Lauert ein Monster Ich glaube, ich sag dazu Jetzt einfach gerade mal nichts mehr Wolltest du mich nicht treffen Oder willst du mich nicht treffen Ich bin mir da gar nicht so sicher Ich möchte Dies anlauern Ich werde diesen Ort In den Sommern hinterlassen So, wenn jetzt die Riven von oben kommt Bin ich tot Okay, sie kommt nicht runter Glück gehabt Hm, irgendwas stimmt gerade mit meinem Ping nicht Schwank gerade ein bisschen Naja Hextec Revolver kaufen Weil Vlad heeht sich mit seinem Q-Spell Und seine Spells-Kosten an sich leben Deswegen ist es einfach sinnvoll Wenn man auf einem Blutmagier noch Zaubervampir kauft Dann heele ich mich mit meinem Q-Doppelt Mit meinem B heele ich mich Wenn ich einen Haufen Gegner treffe Und natürlich auch noch mit meinem E Und die Ultimate So Bin ich jetzt hier allein gegen 2? Scheiße Ach man Ich glaube das wird es gar nicht so ungünstig Mit der Pütze Verdammt In uns allen Lauert ein Monster Zyra kommt hoch Naja Stille meinen Durst Ernsthaft Hier, wenn er der Tauin bekommt Ach ne, Mistquick Jetzt hab ich das Manion nicht bekommen Naja Morgen ist ja Halloween Also wenn ihr die Folge am 30. seht Morgen ist Halloween Wenn ihr sie am 31. seht Heute ist Halloween Halloween Gruselspaß Zumindest heele ich mich an den Pflanzen Und da war Fittlesticks Oh mein Gott, der hat Er ist schon über 7 Demnach hat er seine Ultimate In Kombination mit Zyra's Root Root? Root? Äh Root Also ihrem Festhalten Diese Ranken Die sie da wegwirft Wegwirft, ne Ist das ein bisschen böse Wenn er mich verängstigt Und dann ich noch festgehalten werde Das meine ich Es wird Root vom Himmel regnen Shit, 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 shit Oh, hätte er ihn nicht ein bisschen früher töten können Mann Jetzt musste ich da von ihr weglaufen Weil ihre Passiv mich sonst noch umgebracht hätte Oder hat er mich einfach ignited So kann's gehen Also die Gegner haben 5 Kills Und Riven hat davon 3 Ist nicht so gut mit Riven Weil Riven ein bisschen stark snowboard Ich bin Herr und Meister Naja, wenn es Sinch schon hoch geht Und die auch Pflanze Töten Und die gibt sogar 9 Gold Also werden wir durch den Altar Diesen 4 Gold Bonus Und dann so noch 5 Wieso wurde da gefängt? Willst du irgendwas? Oh ja, tatsächlich Oh ja, kürst du jetzt auch Oh ja, kürst du jetzt auch Oh, gut Ganz genau ausgewichen Von ihr Äh, ja Von ihr Ultimate Schnell den Sound ein bisschen leiser Drehen an meinem Headset So und jetzt haben wir wieder aufgeholt Durch ein Teamfight Weil die Gegner gerade ein bisschen Unkoordiniert Dort rumgelatscht sind Ich werde diesen Ort In Trümmern hinterlassen Mal schauen Das Gute an Wladimir Ist wirklich seine Passiv Weil es mit einem Release Kristallzept Einfach Perfekt harmoniert Ja Also Wenn ich mir jetzt Leben kaufe Moment, ich weiß gerade gar nichts Zahlen Okay, für jede 40 Punkte Leben Die ich mir zusätzlich kaufe Also zu den Base Stats hinzu Kriege ich 1 AP Was war denn das gerade? Komisch Hintergrundgeräusche Habt ihr die auch gehört? Huch, wird der Mantel rot Wenn ich meine Kuh benutze? Das habt ihr nie gesehen Hallo Hier sind 2 Könntet ihr die mal bitte Wenn ich hier ist auch nicht schlimm Jetzt sind sie tot Beide von denen Crap, 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 Crap Habe ich jetzt einfach mal eine Ulti-Guereset Like gebraucht Ah, oben ist ganz viel Free Farm Ich werde diesen Ort in Trümmern hinterlassen Nein Geh weg, Lüßchen Weiii Meins, 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 meins Erhebt euch Und tretet mir entgegen Zumindest habe ich jetzt ein bisschen was davon bekommen So, jetzt kann ich mir So, jetzt kann ich mir einen Haufen Leben kaufen Der da ein bisschen AP umgewandelt wird Und AP, was in Leben umgewandelt wird So viel Blut Das darauf wartet Richtig benutzt zu werden Und sich den schon wieder am Tower Erlebt die Tiefen der Verzweiflung Na, das ist gut, dass ich habe einen Ignite gegen Fiddle Ach, wirklich Ey, wieso ist denn der so schnell? Sind, block mich doch nicht so scheiße Oh ja Die kriege ich Hol ich mir die Hauptsache ich kriege einen Kill Er hat mich hier echt geblockt Schaut euch ihn an Blockt er mich einfach So, Altai nehmen Immer wieder auf die Stats Zuvergleichen mit den Gegnern Das wäre Winions Auch weiter auf den Bord Ob sie irgendwie einen Vorteil haben oder nicht Hm, der Liebe schwert sich gerade Dass das irgendwie ein bisschen lag Aber bei mir tut es auch ein bisschen lag Ist doch nicht immer Wochenende Wo die Server Normalerweise rumschwacken Merkwürdig Das habe ich jetzt nicht gesehen, Fiddle Ey, was gehe ich eigentlich noch gleich vorne? Ich bin jetzt selbst schuld, wenn ich sterbe Jo, das war meine Schuld gerade Spammen Geht so eine scheiß Powergott verdammt Doch nicht so Schaut euch mal hier die Minions an Oder das Minion Ich weiß nicht Mittlerweile folgen einem Ziemlich viele Minions in den Jungle Hinein Was ja eigentlich gar nicht sollt Vielleicht ein bisschen merkwürdig Und sehr nervig Hier wird es schon Oh, da hat er Glück Dass ich gerade nochmal lang gelatscht bin Jetzt hat er den Desire-Ulti getroffen Ich weiß gerade gar nicht Ob das Ding True Damage macht Och man Och man Wieder geht ihm das Verängstigen Bitte Ah, die hat ja Magieres Och man Ey, wirklich Ich hasse es langsam So Ne Es war immer denselben Fehler gemacht Zu Fiddle Stick hingegangen Mit seinem 100.000 Sekunden Verängstigen Ah, in bestimmten Zeitraum Schön, dass ich weiß, wie viel Kam mir jetzt gerade vor Wie 3 Sekunden 2,5 Ich bin Herr und Meister Na ja, immerhin Äh, regelt der Lee mit dem Sinch Ah je Zweimal auf das Gleiche Äh Hineingefallen Sehr schlecht gibt's Sehr schlecht Es wird rot vom Himmel regnen Es wird rot vom Himmel regnen Hab ich seh grad noch Grüne Giftspur Kommt, die töten wir Meine, meine, meine Och man Ich bin doch auch ein Kill Ich bin nochmal reingelaufen Ich bin so gut Ich glaub's nicht In der Dunkelheit Bin ich wahrhaftig am Leben Manche Leute denken Wladimir ist ein Vampir Ist er aber gar nicht Er ist ein Blutmagier Nur mal so zu sagen Er ist ein Blutmagier Was, die haben zwei Altare Ne, Riven Ne Er sagt nein Oh mein Gott Ich sollte das nicht gegen die Melee-Bobie Nerf Nerf Das ist Okay Innerhalb von fünf Minuten Dreimal gestorben Das ist recht gut Also recht gut für die Gegner Nicht für unser Team Probiert, die ich sind gerade Och, er schafft ihn Tja Mich soll's nicht stören, wenn er's schafft Und Zyra rusht ihre Wuglets Hexenhaube Wuglets Ich werde diesen Ort in Trümmern hinterlassen Nö, ich geh nicht noch mal zu euch vor Ich mag euch nicht So spiel ich gleich meinen, äh Vierten Tod hier rein Was, der Tau ist am Asch Und ich bin tot Ne, doch Kann es sein, dass die Gegner jetzt alle zu ihnen laufen Nein, es sind schläufig Zu D Warte Farmen Ach, wieso benutze ich eigentlich den W-Spell Der zieht viel zu viel live 20% vom aktuellen So viel Luis Das fährt Ja, ja, cool Ich werde diesen Ort in Trümmern hinterlassen Ach, sind steif der einfach Wollen wir ein bisschen Schaden drauf machen Und Yay Aber ich muss euch die Pfütze anmachen So Den Tower hitten Da-da-da-da-da-da Da kommen die Gegner wieder Okay, Ribbon ist gleich da Dann die Farmen holen Ruhle ich mir nämlich jetzt auch Relax Crystal Zepter endlich mal Und danach ruhle ich mir auch die Wuglets Und dann Wie heißt denn das, Alter Ich habe gerade den Namen vergessen Ah, der Wilde, du alten Verbesserung vom Hextecke-Wolver Mit Mit mehr Lifestyle Äh, Zaubervampir Ja, mit mehr Okay Legendary Jetzt sollte er sich aber nicht übernehmen Passiert nämlich öfters Dann übernehmen sich die Leute immer Und dann sterben sie So wie ich Faul In der Dunkelheit sind wahrhaftig am Leben Okay, der hat so viel Magierresistenz bei zwei Magiern Okay, meine Ultima ist gleich wieder ready Ready Professionelle englische Aussprache Meins Ach, verdammt Wollte ich mir doch da hier den Kill holen Ulti, Ignite, alles drauf Na komplett Haut einmal drauf Okay Na ist ja egal, geht ja jetzt nicht unbedingt um die Kills Es wird rot vom Himmel regeln Solang halt Solange 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 Sich ein Team-Mate die Kills holt Und ich Tower Minions Sonstiges Ist alles in Ordnung Hier ist die Kartenung Seine Ultima Könnte doch hier locker rein Springen Aufregung Schnell weglaufen In die Base Hier Ist das jetzt blöd, wenn ich ihn probizei Ich mach keinen Schaden Schade Oh, 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 oh Ich bin Herr und Meister Ist nicht schnell Sincht Weg da Vergaß jemand anderen Tja, an die Spawnzeiten von der großen Spinne Weiß ich leider auch nichts Ich glaub beim Drachen waren's 5 Minuten Oder 6 Minuten Irgendwie so was Keine Ahnung Ich weiß nicht mehr nach wie viel Sekunden dieses Spawn Camps hier respawn Ich weiß nur, dass die Altare für 90 Sekunden gesperrt sind, weil es da steht So einfach ist das So, zumindest hab ich jetzt den übergroßen Stab Heißt der übergroßer Stab? Ja, halt Ich glaub früher hieß ja mal unnötig großer Stab Irgendwie so was Minions Ich kann auch probieren, meinen E die ganze Zeit aufrechtzuerhalten Boah, dieser AOE-Grab ist wirklich Nervlich Aber die Spinne ist echt Design und wie sie sich dann zurückzieht Ist schon genial Und sincht mit seinem Ultrakleber auch der Tower da steht Möcht' ja nicht sagen, dass sie den Tower mal machen sollten, aber Wie frech wär's bestimmt Von unten pushen grad deren Minions Okay Oh, will they count? Na ja klar, das ist ja wirklich Hallo Riven Darauf hab ich gewartet Und darauf hab ich auch gewartet So, die Frage ist, wenn er wiederkommt Können wir ihn töten oder tötet er uns? Weil er hat ja wirklich ein Ultraböses Verstummen Mit seinem Vier noch kombiniert In der Dunkelheit bin ich wahrhaftig am Leben Sin steht einfach da Ignoriert, dass er überhaupt Schaden macht oder sonstiges Na, wer finden Na, verlaut Niemand erteilt mir Befehle Naja, einfach auf den Inhibitor draufgehen Oh, kacke Gegner war nämlich wieder da So, den unteren Inhibitor durchpushen Nexus Tower durchpushen Und Gewinnen Schütze gemacht Einfach so So, da ist ich grad so mit den Beschäftigsten Und der hat's überlebt Haha Okay, das ist gut Jetzt hol ich mir die Buglets Danach hol ich mir den Zauberstab für Bledo halten Und danach Mal schauen Auf jeden Fall Diese Runden hier gehen durchschnittlich länger als Dominion Runden Auf der alten 3-in-3-Mail konnten solche Spiele bis zu einer Stunde gehen Ob die Gegner sich da einfach in der Base verkämmt haben Wenn man die Inhibitoren zerstört hat Äh, hat ja Und dann konnten die die Minions die ganze Zeit in den Spawnpool reinlocken Sodass sie, äh, kaum Schaden an den Gebäuden gemacht haben Und das Team, das dann halt, äh, geäst wurde Das hat eigentlich schon verlassen Zumindest, äh Im Endgame Oh, ich glaub, die Runden hat keine Lust mehr zu spielen Naja Inhib machen Jetzt ist das ja sowieso nur zwei Gegner, das ist ja langweilig Wie ich mal meine E-Swelle aufrechter machen Der macht ja irgendwie mehr Schaden, wenn ich ihn öfters einsetz NARF Oh, die Büsse Trap Das mein ich Ja Okay Jetzt können wir warten, bis wir respawn sind Können wir es nochmal probieren Währenddessen hielt sich der Tower hier wieder voll Dieses Verstumpf von Fiddle geht aber auch wirklich viel zu lange Fiddle ist jetzt als Mage Relativ nervig Wo ich mein Höllenzepter, weil das zwei Mages im gegnerischen Team sind Magier-Assistenz und so Was ich mich gerade frage ist, ob Dieses Zaubervampir, dieses Zaubervampir Aura Auch mit Sinches Gift, äh Kombiniert funktioniert Ich weiß das gar nicht Das heißt, wenn er sein Gift anmacht, dass er dadurch, äh Klein hier kriegt Niemand erteilt mir Befehle Ich muss ja nur den doofen Tower hier zerstören Den doofen Tower Nicht den bösen, sondern den doofen Tower Ich bin Herr und Meister In der Dunkelheit bin ich wahr, hast dich am Leben Ich habe noch die 25 extra Gold bekommen Denn es wird Brot vom Himmel regnen Okay Ich glaube ich stehe jetzt ein bisschen weiter hinten Nicht, dass Fiddle schon wieder reinkommt Aus der Base Aus der Base raus Für seine Ultimate Die ganz böse ist Die ist nicht lieb, die Ultimate Die ist böse Eigentlich hat er keinen Zonia-Skull Da steht er schon Und Ultimate draußen verlassen Müssen wir noch Syrah töten Und jetzt können wir den Nexus Tower so wie Nexus kaputt machen Und wir haben gewonnen GG WP Und damit verabschiede ich mich Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends Und Tschüss Gewonnen